Sie startet als Model gerade richtig durch, die Aargauerin Anja Lojenberger. Sogar für Victoria's Secret hat die 22-Jährige schon posieren durfte. Um als einer der legendären Victoria's Secret Engel über den Laufsteg zu gehen, hat es aber bis jetzt noch nicht gelangt. Da ist sie schon einen Schritt voraus, ihre brasilianische Kollegin Laísi Beiro. Sie kann Anja genau sagen, was es braucht, um ein richtiger Engel zu werden. Erstens, man muss sich sehr überzeugt werden. Aber nicht vergleichen sich mit anderen Modeln, denn man hat so viel Druck auf sich. Man muss sich glücklich sein, was man hat. Und dann einfach befreien. Und versuchen, versuchen, versuchen. Und wie oft hast du versucht? Für mich war ich so glücklich, weil ich, nach sechs Monaten in meiner Karriere, bin ich auf die Victoria's Secret. Ich beginne mit denen Katalogen zu machen. Und dann bin ich Teil der Familie geworden. Für mich war es sehr schnell. Für jeden Show bin ich nervös. Besonders jetzt haben sie mich 6'500 Leute. Nicht nur mich, aber auch nervös. Obwohl sie schon so viele Shows gelaufen ist, die Energy Fashion Night ist eben trotzdem etwas Spezielles. für mich schoen Sie immer noch einmal mit ihnen haben. Vielen Dank.